Was hat Corona hervorgebracht? Corona hat uns gezeigt, wo die Stärken und die Schwächen in unserer Gesellschaft und im Land liegen. Und ich glaube, eine Sache, die exzellent funktioniert hat, da kann man mit Stolz drauf zurückschauen, ist, wie die Unternehmen mit der Pandemie umgegangen sind. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Es ist noch nicht lange her, da hat die grosse Koalition nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts mal soeben die Klimaziele verschärft. Der Jubel war gross, Fragen nach der Umsetzbarkeit stellte keiner. Mitten im Wahlkampf wollte niemand zur Zielscheibe für Fridays for Future werden. Doch inzwischen dämmert vielen die Erkenntnis, dass die Ziele nicht zu schaffen sind. Ja, falls es in diesem bisherigen Tempo weitergeht. Die Wende benötigt Unmengen von grünem Strom und Wasserstoff. Beides gibt es in absehbarer Zeit noch nicht. Die Erzeugung von erneuerbaren Energien stösst auf zu viel Widerstand und zu viel Bürokratie. Alleine die Bewilligung für eine Windkraftanlage dauert in Deutschland durchschnittlich sieben Jahre. Noch produziert Deutschland also viel zu viel CO2 und das nicht nur im Verkehr, sondern auch im grösstenteils unsanierten Gebäudebereich. 45% des CO2-Ausstosses stammen allein aus dem Wärmesektor. Alte Ölheizungen gehören zu den grossen Klimakillern. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er liebt Motocross, schreibt gerne Briefe an fiktive Töchter und findet es richtig, wenn Friedrich Merz nach dem Kabul-Desaster den Rücktritt des Aussenministers fordert. Er glaubt, dass der Mittelstand in Berlin zu wenig gehört wird und freut sich, wenn seine Angestellten die Kunden in Klima-Workshops durch die Wüste laufen lassen. Max Fissmann ist der Spross der gleichnamigen Heizungsdynastie und führt als Co-CEO eine Unternehmensgruppe mit 2,8 Milliarden Umsatz und über 12.000 Mitarbeitern. Hallo Herr Fissmann, schön, dass Sie heute bei mir sind. Ja, vielen Dank Herr Beisli. Herr Fissmann, bevor wir in die Wärme- und Kältetechnik einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren grössten Traum verraten, muss ich mal etwas Persönliches fragen. Sie stehen ein bisschen auf Grenzerfahrungen, oder? Ja, ich würde sagen, Herr Beisli, Innovationen können nicht entstehen, wenn man sich nur an den Konventionen orientiert, sondern man muss schon Grenzen hier und da etwas verschieben. Aber gleichermassen gilt es natürlich auch für ein 104-jähriges Familienunternehmen, die richtige Mischung zu finden aus Kontinuität und Grenzverschiebung. Ja, auf Ihrem LinkedIn-Account, das ich so ein bisschen durchforstet habe, haben Sie gerade den Post Ihres China-Chefs geliked, wo er beschreibt, wie er während eines Klima-Workshops seine Kunden in der Taklamakan-Wüste schwitzen lässt. Für manchen sei das eine katharsische Erfahrung gewesen, schreibt er da, am Ende waren die Kunden wohl so wehrlos, dass sie alle Verträge unterschrieben haben. Sind so Abenteuertrips üblich bei FISMAN? Ja, ich glaube, das Augenzwinkern mal zur Seite geschoben, ging es vor allem darum, darauf hinzuweisen, dass unsere Lebensräume alles andere als selbstverständlich sind und dass ein jeder, seit der Beitrag noch so klein, einen Beitrag dazu leisten muss. Und da gibt es neben den Grenzerfahrungen, glaube ich, auch sehr irdische und naheliegende Erfahrungen, die jeder von uns täglich macht, dass der Klimawandel uns alle betrifft und uns alle in unserem täglichen Handeln beeinflusst. Aber das muss ich mir dann wirklich so vorstellen, als Verkaufsveranstaltung mitten in der Wüste, alle schwitzen und geben dann einfach auf, okay, okay, ich kaufe es. Ja, es ist weniger, tatsächlich weniger eine Verkaufsveranstaltung, sondern der Kern unseres Handelns liegt eigentlich darin, dass wir vor allem mit unseren Partnern Dinge gemeinsam gestalten wollen und das gilt natürlich dafür, die Lebensräume, also die Gebäude positiv zu beeinflussen. Aber manchmal schadet es nicht, wenn man gemeinsam in dem Blick auch ein bisschen weiter richtet, was es eigentlich noch an Themen gibt, die man so angehen könnte und da gehören solche Grenzerfahrungen mitunter auch dazu. Ich meine, die Grenzerfahrungen gehören ja auch zu Ihrer Biografie, Motocross, Downhill, das haben Sie, glaube ich, schon während des Studiums als Hobby betrieben. Woher kommt denn Ihre Lust für diese No-Limits-Abenteuer? Ja, ich glaube, die Mischung macht auf der einen Seite sich immer wieder bewusst zu sein, dass man persönliche Grenzen hat. Das ist, glaube ich, sehr nachhaltig. Aber auf der anderen Seite auch den Mut und die Courage zu haben, Dinge anzugehen, die vielleicht nicht so ganz offensichtlich sind und da auch den Blick zu weiten. Ich glaube, das ist etwas, was jetzt nicht nur ein Attribut, was man mir anheften würde, sondern vor allem der großen, fast 13.000 Köpfe beinhaltenden Fisman-Familie, dass wir uns sehr couragiert mit den Problemen dieser Welt auseinandersetzen. Und ja, ich glaube, da ist es ganz gut, wenn man nicht von Furcht geleitet ist, sondern eher von Mut. Machten Sie denn noch Motocross oder haben Sie das aufgegeben? Als junger Familienvater kommt man zu der einen oder anderen Erkenntnis mit einem Augenzwinkern. Okay, gut. Und die Prämie für die Lebensversicherung wäre einfach viel zu teuer, oder? Ich meine, die Grenzerfahrung, die liegt ja auch ein bisschen in den Genen. Wenn ich mir Ihren Vater und Verwaltungsratschef Martin Fisman angucke, der ist ja auch Hobbypilot. Gehört das zu einem Alpha-Tier? Ja, da würde ich, glaube ich, eher auf die Weizsicht und die Klarheit abstellen an der Stelle. Ich glaube, wenn Sie sich vor Augen führen, wie Neues entsteht, dann entsteht es natürlich dadurch, dass man sich den bestehenden Rahmenbedingungen sehr bewusst ist, aber gleichzeitig auch immer dadurch getrieben ist, ständig zu schauen, wie man Dinge eigentlich noch besser machen kann. Und in unserem Fall, das verbindet mein Vater und mich, wir haben eine positive unternehmerische Unzufriedenheit, dass wir ständig Dinge sehen, die man noch besser machen kann. Und das verbindet uns dann auch mit der 104-jährigen Fisman-DNA, wo wir eigentlich minütlich damit beschäftigt sind, Sachen noch auf ein anderes Niveau zu heben. Und ich glaube, unabhängig von der Grenzerfahrung ist das dann der effektive Antrieb, die besten Lösungen insbesondere für unsere Kunden und Partner zu entwickeln. Aber beim Pilot muss ich jetzt noch ein bisschen bleiben. Angeblich hat Ihr Vater den ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger geflogen. Stimmt die Geschichte? Ja, ich glaube, das müssen andere kommentieren. Das wissen Sie doch sehr. Wir konzentrieren uns sehr stark an der Stelle auf uns. Und ich glaube, dass als global agierendes Unternehmen ist es wichtig, dass man auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch politische Anknüpfungspunkte findet. Welche Prominenz sitzt denn sonst noch im Flugzeug von Ihrem Vater? Also, um ganz ehrlich zu sein, die Bewegungen, die man da macht, sind vor allem unternehmerischer Natur und weniger auf Prominenz ausgerichtet. Ich konnte ja lesen, dass manche Mitarbeiter sogar mit dem Flieger zur Arbeit kommen. Gibt es da eine interne Luftbrücke für Pendler? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wenn Sie sich mit unserem Standort im Herzen Deutschlands auseinandersetzen, im schönen Nordhessen, dann ist es so, dass wir hier eine wunderbare Region haben und viereinhalbtausend Mitarbeiter am Standort täglich Großes leisten. Gleichzeitig ist es so, dass wir sehr international aufgestellt sind mit vielleicht nicht der besten Infrastruktur drumherum. Von daher ist die Mobilität, das ist auch durch Corona jetzt nochmal klarer geworden, die Mobilität wichtig. Wobei ich auch gleichzeitig darauf hinweisen muss, dass natürlich aus einer Klimaperspektive wir uns danach sehnen, dass es alternative Mobilitätskonzepte gibt, die auch so einen mittelständischen Standort eine Perspektive geben. Und da setzen wir uns sehr intensiv damit auseinander, was es an Biofuels und Alternativen gibt, um auch da die Nachhaltigkeit sicherzustellen und offsetten im Moment 100 Prozent unserer Emissionen. Genau, das wollte ich gerade erwähnen. Die Fisman Airline passt ja nicht so gut zu ihrem Klimaschutz-Image. Wollten Sie eigentlich als Sohn auch Pilot werden wie Ihr Vater? Ich bin tatsächlich auch Pilot. Sie sind sogar. Ich komme nicht zum Fliegen, weil es da noch das ein oder andere Thema im Unternehmen zu lösen gilt und täglich zu adressieren gilt. Also von daher ist mein Fokus in der jüngeren Vergangenheit sehr stark auf die Operative gewesen und weniger in luftigerer Höhe. Ich muss das Verhältnis zu ihrem Vater noch ein bisschen ausleuchten. Ich meine, die Fisman-Legende besagt ja, dass Sie sich schon im zarten Alter von 18 Jahren bereit erklärt haben, im Unternehmen Verantwortung zu übernehmen. Also ehrlich gesagt, ich kann das nicht glauben. In dem Alter denkt doch keiner an Heizungen verkaufen, sondern eher an heisse Partys. But I didn't inhale, umschreiben US-Präsidenten gerne solche Phasen. Sie dürften es also schon zugeben, die Geschichte mit den 18 Jahren ist eine reine Legende, oder? Ja, ich glaube mit dem Augenzwinkern. Die Legende, die mir immer erzählt wird, ist, dass man mich gefragt hat, mit drei, was willst du einmal werden? Und dann hätte ich angeblich gesagt, Chef werden. Das habe ich nicht gelesen in den Geschichtsbüchern. Das kann ich mir heute nicht vorstellen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, was ich dann eher gesagt hätte, und auch mit 18, mit tollen Menschen täglich zusammen Dinge bewegen. Und das ist genau das, was ich heute machen darf. Und da bin ich mir der Privilegien sehr bewusst, mit so tollen Leuten zusammenarbeiten zu können. Was ich mich immer frage, wie motiviert man sich denn, als junger Mensch für einen solchen Schritt, wenn man einen derart erfolgreichen Vater hat? Ist ja immer klar, dass man ihn eigentlich nicht toppen kann. Andere Söhne, erfolgreiche Unternehmer, werden darum gerne mal Künstler, um sich dem Übervater zu entziehen. Wie sind Sie eigentlich in jungen Jahren mit diesem Erfolgsdruck umgegangen? Ich glaube nicht, dass das Druck ist, sondern im Gegenteil, das ist das, was Sie eingangs gesagt haben, das ist Motivation. Weil wir zum einen die Dinge sehr positiv und gut zusammengestalten. Das macht einfach irre viel Spaß. Und auf der anderen Seite ist uns, meinem Vater und mir, gleichermaßen bewusst, dass es weniger an uns hängt, sondern vor allem an den 13.000 Familienmitgliedern, ob wir erfolgreich sind in der langen Frist oder nicht. Und wir tun unser Bestes und sind täglich stets bemüht, dass das möglich ist. Also von daher ist, glaube ich, die Perspektive weniger der Erfolgsdruck, sondern vielmehr die soziale Verantwortung, sich bewusst zu sein, dass man für 13.000 Familien einstehen muss und da entsprechende Perspektiven schaffen. Und das tun wir beide leidenschaftlich gerne. Und das treibt uns an. Und ich glaube, da darf man dann auch den Blick nach vorne wie auch zurückrichten und den einen oder anderen Erfolg auch gemeinsam feiern können. Aber Sie hatten doch gar keine Wahl, oder? Es war doch klar, Sie müssen in diese Unternehmung. Nein, ich glaube, das darf man gar nicht in Familienunternehmen dieser Größe da irgendeine Form von Zwang aufbauen, weil es ist nicht wirklich selbstverständlich, dass man auch operative Verantwortung tragen und übernehmen kann. In unserem Fall war immer klar, dass es auf der Eigentümer, also auf der Gesellschaft der Ebene eine Erwartungshaltung gibt, dort Verantwortung zu übernehmen und sich bestmöglich darauf vorzubereiten. Das war klar und die Wahl gab es in Anführungsstrichen nicht. Aber das ist ja ein schönes Primat, wenn man in der vierten Generation dann als Treuhänder für nachkommende Generationen fungieren darf. Aber der operative Teil, der muss sich ergeben und der muss passen und der kam bei mir halt deutlich früher, als wir das eigentlich ursprünglich beabsichtigt hatten. Aber man wächst an seinen Herausforderungen. Apropos wachsen an seinen Herausforderungen. Im Studium sind Sie ja prompt ein paar Mal durch die Prüfung gefahren. Gab es zu Hause böse Worte? Hatte man schon Angst, der junge Fissmann packt es nicht? Ja, das ist, glaube ich, eine sehr schöne Erfahrung gewesen. Ich durfte Klausuren... Schöne Erfahrung? Ja, tatsächlich. Also ich durfte Klausuren schreiben, wo 99 Prozent durchgefallen sind und ich sage mal, wenn man von einer Normalverteilung in der Gesellschaft ausgeht, dann ist das alles andere als motivierend und zeigt auch ein bisschen die Lücken unseres Bildungssystems auf in Deutschland. Aber auch das als Grenzerfahrung war sehr, sehr positiv. Wenn man merkt, man kann drei Monate sich auf etwas vorbereiten und am Ende des Tages gibt es einen erratischen Entscheidungsprozess und man kommt dann trotzdem nicht weiter. Das erdet auf der einen Seite, weil man halt merkt, man hat nicht immer alles unter Kontrolle und auf der anderen Seite, wenn man es dann am Ende trotzdem geschafft hat, vor allem mit anderen gemeinsam in Hundertschaften, dann ist es umso motivierender. Also von daher, nein, nein, ganz im Gegenteil, das war eine gute Erfahrung und ich bin sehr, sehr dankbar, rückblickend, dass die deutschen technischen Universitäten ihre Herausforderungen mitbringen, die eher charakterbildend sind als jetzt notwendigerweise. Aber Sie hätten am liebsten den Professor verklagt bei so einer hohen Durchfallquote. Nein, ich glaube, die entscheidende Frage, wie bei allem, das gilt ja auch für die Politik, wie auch in Unternehmen, ist, gibt es jemanden, der diesen Bann durchbricht oder reicht man das über Generationen weiter? Und es gibt leider in deutschen Hochschulsystemen die Tendenz, diesen Bann immer wieder fortzusetzen, weil man selber die Erfahrung gemacht hat und das ist nicht so richtig zielführend. Insbesondere, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir einen Mangel an Fachkräften haben und dort sitzen dann hunderte von Leuten, und die sind eigentlich motiviert, sich in diesen Studiengängen weiterzubilden und werden dann aufgrund von eigenen Erfahrungen ausgebremst, das kann nicht so richtig zukunftsfähig sein. Sie haben gesagt, es sei nicht unbedingt klar, dass man dann auch operativ eine Aufgabe übernimmt in so einem Familienunternehmen. In einem Imagefilm Ihrer Firma haben Sie sich mal bedankt für das teilweise, Zitat, nicht zu rechtfertigende Vertrauen, das in Sie gesetzt wurde. Wie muss man diesen Satz verstehen? Ja, ich glaube ich völlig klar, wenn man mit 28 in die CEO, in die Co-CEO-Rolle einer 12.000 Frau und Mann großen Unternehmung kommt, dass man das dann nicht tut auf Basis von Erfahrungen, sondern dass man das tut, weil einem das Vertrauen geschenkt wird, was es dann auch zu rechtfertigen gilt und zu erfüllen gilt. Und das ist tatsächlich grenzenlos gewesen, insbesondere von Seiten meines Vaters, der sich sehr früh sehr klar positioniert hat und gesagt hat, ich stehe zu 100 Prozent hinter den Entscheidungen, die mein Sohn trifft. und ich stehe ja auch für diesen Wandel und die Veränderungen und wir gehen diesen Weg gemeinsam. Und das ist, ich habe ganz viele Gründe, großen Respekt meinem Vater entgegenzubringen und da auch stolz auf diese Beziehung zu sein, aber das ist sicherlich ein wesentlicher Baustein, den ich gleichermaßen gerne auch an die nachkommende Generation weitergeben möchte, wo man einfach zurückblickt und sagt, super, das war für uns alle ein Befreiungsschlag, dass man eben nicht die Klischees erfüllt, wie das zum Teil in anderen Familienunternehmen der Fall ist. Apropos kommende Generationen, Ihre Imagefilme, die lassen ja tief blicken, ich habe mir sie alle angeguckt und zum 100-jährigen Jubiläum haben Sie Ihrer fiktiven Tochter Johanna einen Brief geschrieben. Was würde denn im Brief an Ihre echten Kinder drinstehen? Also zum einen musste ich meiner Frau versprechen, dass wenn wir eine Tochter bekommen, dass sie nicht Johanna heißt, damit die Erwartungsschlag gar nicht zu fixen ist. Nein, 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 im Gegenteil, das ist ja nicht nur mit Augenzwinkern, sondern tatsächlich auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit verfasst. Ich glaube, wenn man sich vor Augen führt, wie dankbar wir sind, dass wir nicht nur 100 Jahre gestalten durften, sondern dass wir in ein neues Jahrhundert im wahrsten Sinne des Wortes aufgebrochen sind, mit zwei großen Megatrends auf der einen Seite Digitalisierung und auf der anderen Seite dem Klimaschutz, dass so eine Verantwortung tragen zu dürfen und dann in diesen Rahmenbedingungen positiv Lösungen gestalten zu können, das ist per se etwas ganz Tolles und dann das in einem so gut positionierten Unternehmen mit tollen Mitarbeitern machen zu dürfen, das wünsche ich mir für meine Kinder und mein Vater hat immer zu mir gesagt, man hat die Mitarbeiter, die man verdient, mit einem Augenzwinkern und wir haben halt das große Glück hier über Generationen hinweg, das gilt ja nicht nur für die Eigentümerfamilie, sondern auch für die viele, viele Mitarbeiter, die zum Teil in der dritten und in der vierten Generation hier wirken, da die Kontinuität zu wahren und ich glaube, das ist ein zweiter Aspekt neben der Verantwortung, sich halt auch bewusst zu sein, dass es manche Dinge gibt, die gut sind und andere Dinge gibt, die man permanent weiterentwickeln muss und sich permanent verändern muss. Ich meine, wenn Sie das so toll finden, in diesem Familienunternehmen zu arbeiten, dann frage ich mich natürlich, wie souverän dürfen Sie heute im Unternehmen entscheiden? Ihr Vater ist ja immer noch Ihr oberster Boss und ein Co-CEO gibt es auch noch. Das wirkt auf mich ein bisschen wie betreutes Führen. Was haben Sie da eigentlich zu sagen, Herr Fissmann, in der Firma? Ja, ich glaube, das ist alles, aber das nicht. Also wir sind von der Struktur her maximal unternehmerisch aufgestellt. Das heißt, wir haben einzelne Geschäftsbereiche, die sehr unternehmerisch geführt sind. Das heißt, mit eigenen Management Teams, das heißt, mit eigenen CEOs und das größte Geschäftsfeld im Unternehmen führe ich direkt als CEO mit einem sehr starken Vorstand. Das heißt, dort kommt weder Langeweile auf, noch sind wir dort entscheidungsgehemmt. Aber ich glaube, der entscheidendere Teil für Familienunternehmen, auch insbesondere im Übergang zwischen zwei Generationen, ist gar nicht so sehr, wo man sich und wie man sich in Entscheidungsfindungen limitiert, sondern dass man sich zum einen darüber einig ist, warum man eigentlich Dinge tut. Also neudeutsch würde man sagen, was ist eigentlich der Purpose, dem man nachgeht und auf der anderen Seite, was man eigentlich wie erreichen will. Also das heißt, welche Strategie geht man nach und hat man eigentlich das gleiche Verständnis über die Werte und die Art und Weise, wie man das schaffen möchte. Und wenn das klar ist, dann verstrickt man sich gar nicht so sehr in unterschiedlichen Sichtweisen auf irgendwelche Mikroentscheidungen, sondern man kann eigentlich sehr gut gemeinsam in eine Richtung arbeiten. Und bei meinem Vater und mir ist das große Glück, abgesehen von dem Vertrauen, auch noch darin bestehen, dass wir uns halt gegenseitig sehr stark im Loop halten. Das heißt, uns eigentlich immer regelmäßig updaten, wo ich die Möglichkeit habe, von ihm Feedback zu bekommen. Er stellt sehr gute und richtige Fragen und ob er auf der anderen Seite ich ihm auf den aktuellen Stand bringen kann, sodass egal, was wir diskutieren, das nie aus dem Kontext fällt, sondern der Informationsstand da immer gewahrt ist. Und so kann man, glaube ich, in einem Modell eines Verwaltungsratskonstrukts sehr gut zusammenarbeiten. Und bei uns kommt dann als dritte Facette natürlich noch die Familiäre dazu, dass wir uns halt nicht nur im Büro sehen, sondern auch am Wochenende mit den Kindern das Vergnügen haben. Und da kann man natürlich das eine oder andere auch nochmal auf dem kurzen Dienstweg besprechen. Aber bei großen Entscheidungen müssen Sie immer noch Papa fragen. Das ist doch so, oder? Nein, ich glaube, das Papa-Fragen ist ja dem Klischee, kann man klar in die Klischee-Ecke stellen. Nein, ich glaube, die großen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, die sind klar, weil die Strategie total klar ist. Und wenn man sich die Entwicklung des Unternehmens in den letzten fünf Jahren anschaut, dann spricht das, glaube ich, für sich. Und damit haben wir keinen Diskussionsbedarf, wenn es jetzt um wegweisende und strukturelle Entscheidungen geht, sondern das knüpft wunderbar an das Zielbild an, was wir in aller Konsequenz verfolgen. Ich meine, Sie haben ja einige Neuerungen in die Firma gebracht, Sie haben Hierarchien abgeschafft, Sie haben das Duo eingeführt, etc., etc. Was ich mich frage, woher kommt der grösste Widerstand bei so einer Transformation? Was haben Sie so erlebt, wo Sie teilweise dachten, ui, das wird jetzt echt schwierig, hier kommt richtig Gegenwind? Gut, ich glaube, das ist die Stärke von Familienunternehmen im Vergleich zu anonym geführten Unternehmen. Die Mitarbeiter vertrauen der Eigentümerfamilie, dass man im Interesse des Unternehmens agiert und dass man daran interessiert ist, dass das Unternehmen langfristig bestehen bleibt und wettbewerbsfähig ist. Von daher sind diese klassischen Corporate-Widerstände, die man erfährt und die ich auch in meiner Beratungszeit live miterleben durfte, die gibt es bei uns in der Form nicht. Gott sei Dank und da arbeiten wir natürlich auch sehr intensiv daran, dass unsere Kultur als größter Wettbewerbsvorteil auch in der Zukunft Bestand hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, der Mensch hat den Hang dazu, sich eher im Gleichgewicht zu bewegen, als freiwillig die Veränderung zu suchen. Ich bin damit aufgewachsen, dass man bei uns am Frühstückstisch immer gesagt hat, nichts ist beständiger als der Wandel. Von daher ist auch unseren Mitarbeitern das nicht ganz so fremd aus den letzten Jahren. Das heißt, wir setzen eigentlich auf eine sehr gute Veränderungskultur auf. Das, was wir machen mussten im digitalen Kontext und auch das, was wir in der Transformation zu einem erneuerbaren Energieportfolio gemacht haben in der jüngeren Vergangenheit, ist natürlich mitunter sehr radikal und auch sehr schnell gewesen. Aber das haben unsere Mitarbeiter in dem Moment sind die mitgegangen, wo sie einmal gesehen haben, warum wir das tun, weil wir dort einfach eine Verantwortung tragen und auf der anderen Seite, dass es auch für den gemeinsamen Erfolg, aber zum Teil auch für die persönliche Entlastung etwas Positives ist, weil digitale Technologien können den ein oder anderen Mitarbeiter natürlich auch extrem entlasten und ihnen damit ermöglichen, sich auf die anderen wertschöpfenden Dinge zu fokussieren. Aber Herr Fiesmann, das klingt mir jetzt echt zu viel nach Unternehmerromantik, Familienfirma, Idylle. Nochmal ganz konkret, was hatten Sie unterschätzt in diesem ganzen Prozess und wo haben Sie auch Rückschläge erlebt, mit denen Sie nicht gerechnet haben? Also wo ging es dann, was sind konkrete Beispiele, wo Sie dann gemerkt haben, es wird vielleicht schwieriger, als gedacht, oder damit habe ich nicht gerechnet. Was passiert denn da? Weil rund läuft es nie. Das gehört ja auch dazu. Ich glaube, was man als junger Nachfolger, dass sich heute natürlich einen Ticken souveräner völlig überschätzt, ist die Geschwindigkeit, in der Dinge möglich sind. Da muss man sich dann schon ein bisschen kalibrieren, wenn man wirklich 12.000 Leute mitnehmen möchte, dass das einfach Zeit braucht und dass, wenn man Menschen vermitteln will, welche Technologien für uns in der Zukunft relevant sind, die man in der Vergangenheit noch nie gehört hatte, dann muss man auch da die Zeit geben und die Zeit einräumen, dass sich jeder damit vertraut machen kann. Ich glaube, das ist eine Facette. Die andere ist, man hat immer Menschen, die sind Feuer und Flamme, egal mit welcher Idee man um die Ecke kommt und es gibt andere, die sind vielleicht in dem Moment dann erstmal abwartend und schauen mal, ob das dann am Ende erfolgreich ist. Also ich sage Ihnen zwei Beispiele. Wir haben sehr früh bei uns sehr viel auf digitale Dienste gesetzt. Das heißt, unser Angebot einmal für den Nutzer unserer Produkte und zum anderen für die Partner und Handwerksfirmen dort ein breites Portfolio entwickelt, wie man Wartung unterstützen kann, wie auf der Partnerseite oder wie man die Steuerung stärker an dem Nutzerverhalten ausrichten kann. Und das ist natürlich so, wenn man bei Null anfängt, dann macht man erstmal rudimentäre Schritte und nicht für jeden ist sofort erkennbar, wie viel der Wert eigentlich ist, den man dort in der Zukunft stiften wird, weil man sich halt nur daran orientiert, was man heute schon zur Verfügung hat. Und ich glaube, wenn man jetzt auf das aktuelle Portfolio schaut und da fünf Jahre zurückblickt, was eigentlich in der Zeit alles entwickelt wurde und entstanden ist, dann gab es schon den einen oder anderen, der am Anfang erstmal abgewartet hat. Heute, wo total klar ist, dass das für uns auch ein glasklarer Wettbewerbsvorteil ist, sind alle Feuer und Flamme und sehr, sehr dankbar, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Also ich glaube, das Maß an Gelassenheit, wenn man davon überzeugt ist, dass das der richtige Weg ist, da bin ich heute deutlich entspannter und vielleicht früher ein bisschen ungeduldig oder zu ungeduldig gewesen, was die Zeitleiste betrifft. Da wurden Sie mal eingebremst ab und so? Hiess es dann mal, hey Max, Gang runterschalten, das du bevor, dass die Belegschaft? Ja, das gehört natürlich auch dazu, dass man das Feedback bekommt, dass es einfach zu viel auf einmal ist und das ist auch richtig, dass man dann aktiv eine Diskussion darüber führt, wenn dem so ist, was wollen wir denn dann stattdessen lassen, dass wir einfach priorisieren und klar fokussiert sind. Aber der entscheidende Teil ist nicht, dass ich sage, was wir dann stattdessen lassen sollen, sondern dass diejenigen, die an einem Punkt sind, wo sie sagen, es geht nicht noch mehr, selbstständig eine Entscheidung treffen und sagen, wunderbar, ich habe verstanden, das ist für uns wirklich am wichtigsten und deswegen lassen wir jetzt mal die folgenden drei, vier Themen. Und da, die Diskussion führe ich gerne und auch regelmäßig, damit wir, damit wir da einfach mit der maximalen Kraft unterwegs sind und uns nicht zu sehr verstricken in zu vielen parallelen Aktivitäten. Haben Sie am Anfang eigentlich gespürt, dass gewisse Mitarbeiter Ihnen nicht so viel zutrauen wie dem Vater? Es ist ja immer schwierig, oder, als Filius da reinzukommen, da wird man unheimlich beobachtet, man wird auf den Prüfstand gestellt. Haben Sie das gemerkt am Anfang? Gut, ich glaube, mit null Jahren Erfahrung im Unternehmen kann man das niemandem verübeln, wenn der ein oder andere einen ein bisschen kritisch anguckt und sagt, naja, mal gucken, ob das gut geht. Aber das war nicht das Hauptmuster, sondern das war eher ein Kennenlernen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich bin mit dem Unternehmen aufgewachsen, das heißt, ich bin als Kind bei vielen Firmenveranstaltungen mit dabei gewesen. Und da wollten Sie auch schon Chef werden, wie wir gelernt haben. Wie ich gelernt habe, ja, mit einem Augenzwinkern, das heißt, viele der handelnden Personen kannte ich schon auf der persönlichen Ebene und habe da immer ein gutes Verhältnis gehabt und dann, und das ist, glaube ich, das, was in den Familienunternehmen wirklich entscheidend ist, in dem Moment, wo klar ist, zwischen Vater und Sohn passt kein Blatt, also es gibt auch keinen Kanal, den man vorbeisuchen kann, dann ist eigentlich für alle völlig klar, dass es nur noch eine Richtung gibt und das ist bei uns ja sehr natürlich, sehr, sehr natürlich gewesen, weil mein Vater und ich da eine Sprache sprechen, ja, was die Dinge betrifft. Wir hatten vorher das Thema Tempo. Gab eigentlich Corona nochmal so einen Schub in Sachen Digitalisierung bei Ihnen oder waren Sie eh schon auf dem Weg oder gab das nochmal so Rückenwind? Ich glaube, es hat uns vor Augen geführt, vor allem auch vielen Mitarbeitern im Kontrast zu Freunden und auch Verwandten, wie weit wir eigentlich schon gewesen sind, weil wir wirklich, wir haben Anfang März entschieden, das ist also relativ früh, dass wir so weit es geht komplett ins Homeoffice gehen und auch in anderen Ländern, wo die Pandemie schon weiter vorangeschritten war, da entsprechend schon die Weichen gestellt und das war für uns kein großer Unterschied, weil die Tools waren etabliert, wir haben unsere ganzen Backlogs und Arbeitspakete sind in entsprechenden Taskmanagement Tools, also das heißt, die Arbeitsweise hat sich in der Form verändert, dass man sich nicht mehr informell, physisch zum Kaffee getroffen hat und dass man nicht mehr zusammen in Meetingräumen sitzen konnte, aber das, was wir dann bei anderen Unternehmen sehen konnten, wo wir auch viel geholfen haben, die dann erstmal angefangen haben, ein Videokonferenz-Tool einzuführen und wirklich bei bei Null da gestartet sind, der Katalysator war bei uns nicht so extrem und ich glaube, der positive Effekt ist halt eher die Wertschätzung gewesen für das, was wir vorher getan haben, jetzt nach innen gerichtet, nach außen gerichtet, hat es natürlich eine extreme Beschleunigung gehabt, gerade auch, was die Nutzung der verschiedenen Wartungsinstrumente betroffen hat, weil nun mal viele Dinge, wo man dann vielleicht doch nochmal hingefahren ist, aus der Service-Perspektive, man dann auf einmal angefangen hat, Remote zu machen, weil es A, sicherer war und auch B, von den Nutzern gefordert wurde, also da hat es tatsächlich eine extreme Beschleunigung in der Nutzerzahl gegeben, bei unseren Partnern wie auch bei unseren eigenen Servicetechnikern. Wie muss man sich das vorstellen bei der Servicetechnik? Wie viel Dienstleisen haben Sie eingespart und wie viel machen Sie heute Remote? Kann man das in Prozentzahlen ausdrücken, wie sich das verändert hat? Ja, ich glaube, also ich sage mal, dass die Reisekosten signifikant zurückgegangen sind, da sind wir jetzt, glaube ich, nicht alleine. Die Service-Einsätze an sich, also es gibt nur mal viele Parametrierungen, die man auch wunderbar vom Tablet oder vom Laptop aus machen kann. Da war es, glaube ich, dann eher ein Veränderungsprozess, wo halt die Leidenschaft auch von den Nutzern war, dass man doch nochmal physisch vorbeikommt und wir das vorher eigentlich auch schon gerne Remote gemacht hätten und stattdessen ist es jetzt gerade so, dass es dann zu 100 Prozent digital läuft. Also ich sage Ihnen ein Beispiel, ein Produkt von uns wird in Betrieb genommen und der Nutzer stellt fest, dass er doch ein anderes Nutzerverhalten hat, dass er früher am Morgen aufsteht, als Beispiel und dann muss man da ein paar Datenpunkte verändern, was man halt früher ohne Konnektivität immer nur vor Ort hätte machen können und das sind Dinge, die man natürlich heute sehr gut remote macht und das sind so Kleinigkeiten, die sich da eingeschlichen haben und der andere Teil ist, dass natürlich auch die Verkaufsgespräche und Interaktionen dort sehr stark auf unseren Online-Marketing-Reichweiten aufgesetzt haben vorher schon und da jetzt die Wertschätzung nochmal ziemlich nach oben gegangen ist. Sie haben ja vorher erwähnt, Sie hätten ein bisschen Entwicklungshilfe geleistet, teilweise bei anderen Unternehmen, so Videokonferenz eingerichtet, wirklich von Null gestartet. Wie schätzen Sie eigentlich so die Lage im deutschen Mittelstand ein, im Bereich Digitalisierung? Man redet oft von dieser Zweiklassengesellschaft, die einen, die jetzt total davonziehen und die anderen, die wie stehen bleiben. Täuscht der Eindruck? Ich glaube, der täuscht ein bisschen, um ganz offen zu sein, weil ich glaube, dass es eigentlich eher hervorgebracht hat, wo denn eigentlich die Stärke des Mittelstands liegt, dass er nämlich veränderungsfähig ist und ein bisschen die Antithese darstellt zu den ein oder anderen politischen Parolen, die da gerade so geschwungen werden. Weil ich meine, am Ende des Tages, wenn man zurückblickt, was hat Corona hervorgebracht? Corona hat uns gezeigt, wo die Stärken und die Schwächen in unserer Gesellschaft und im Land liegen. Und ich glaube, eine Sache, die exzellent funktioniert hat, da kann man mit stolz drauf zurückschauen, ist, wie die Unternehmen mit der Pandemie umgegangen sind. Die haben sofort die Maßnahmen selber ergriffen, ihre Mitarbeiter zu schützen, Hygienekonzepte einzuführen und das nicht durch irgendwelche gesetzlichen Vorgaben, sondern aus Eigenverantwortung. Und das, was digital zu machen war, in welcher Selbstverständlichkeit, ich sehe das ja auch bei unseren Partnerunternehmen, kleinere Familienunternehmen im Handwerk, für die ist das völlig selbstverständlich gewesen, nach einer Woche oder nach zwei Wochen die Gespräche, die wir sonst physisch geführt haben, in Videokonferenzen zu führen. Und das über alle Altersklassen hinweg. Also ich glaube, da ist, wenn man Unternehmer ist, dann weiss man, dass man sich anpassen muss und dann gelingt das auch. Also von daher kann ich da keine Zweiklassengesellschaft erkennen. Das wäre, glaube ich, zu einfach, so eine Einteilung vorzunehmen. Sie wollten eigentlich vorher sagen, dass es bei der öffentlichen Verwaltung dann anders war, wie man gesehen hat in Corona. Ja, ich glaube, es gab ein breites Spektrum an unterschiedlichen Veränderungsprozessen, so würde ich es mal politisch korrekt sagen. Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Digitalisierung ist eher eines Thema, Klimaschutz natürlich das andere grosse Thema. Sie sagen, in Berlin würden die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstandes zu wenig thematisiert. Die Lobby der Grosskonzerne sei viel grösser. Was genau kritisieren Sie da? Also das ist natürlich ein weites Feld. Wenn man sich, ich sage es mal aus der unternehmerischen Perspektive, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie wir eigentlich erfolgreich sein wollen in der Zukunft, dann schauen wir uns an, was sind eigentlich die Stärken, die wir heute haben. Also wie können wir Stärken stärken und auf den Faktoren aufbauen. Das macht jeder Unternehmer oder jedes erfolgreiche Management-Team und die Politik macht das halt genau nicht, sondern die Politik schenkt denjenigen Gehör, die entweder am lautesten sind, weil sie also starke Lobbyverbände haben und das sind nicht nur die Großkonzerne, sondern das sind auch die ein oder anderen überfinanzierten NGOs und das ist dann der Impulsgeber dafür, worauf man eigentlich seine Aufmerksamkeit legt und am Ende des Tages natürlich auch finanzielle Mittel allokiert und vielleicht ein Beispiel, wenn Sie sich anschauen, wie die Corona-Hilfen im Wasserstoffkontext verteilt wurden, dann sind dort siebeneinhalb Milliarden Euro in verschiedene Projekte gegeben worden. Davon ist nicht ein Euro im Gebäudesektor angekommen, weil der nun mal sehr mittelständisch geprägt ist und wenn man sich dann auf der anderen Seite vor Augen führt, welche Unternehmen sind dort eigentlich tätig, dann stellt man halt relativ schnell fest, dass das ziemlich viele Hidden Champions sind, die Großes leisten, also auf der einen Seite eine hohe soziale Verantwortung tragen und auf der anderen Seite auch Innovationstreiber sind und das ist glaube ich nicht in unserem Sinne, dass genau diese Stärke nicht gestärkt wird, sondern man an anderer Stelle eher, ich sage mal, kommunikativ Akzente setzt. Aber der grüne Wasserstoff ist doch eh eine Fata Morgana gerade, oder? Sie haben es mal als Treppenwitz bezeichnet. Ich meine, alle reden von grünen Wasserstoff, aber es gibt ihn ja vorerst noch nicht so richtig, oder? Ja, ich habe die Aussage als Treppenwitz bezeichnet, dass der Wasserstoff per se rar sein muss, weil das ist ja absurd, ja, also wenn ich mir, Aber er ist es faktisch gerade. Genau, aber die Aussage ist ja immer, er wird es auch immer sein in der Zukunft und da die Diskussionen, die sind so ideologisch geführt, das ist wirklich frustrierend, weil, wenn man alles versucht mit Ideologie zu beantworten, dann wird man nicht zu einer Lösung kommen und wir, wenn wir auf das Thema Wasserstoff schauen, als Nation, nicht nur als Unternehmen, dann müssen wir uns einfach vor Augen führen, heute kommt 80 Prozent unseres Primärenergiebedarfs außerhalb den Landesgrenzen, ja, das heißt, wir sind ein energieimportierendes Land und das nicht zu knapp und mit den solaren Sonnenstunden, die wir in Deutschland haben, können wir einen zusätzlichen Beitrag leisten durch Solar, also durch Photovoltaik und auch durch Wind, aber uns muss einfach bewusst sein, wenn wir langfristig als Industrienation fungieren und funktionieren wollen, dann brauchen wir grüne Energien, aber wir brauchen ein diversifiziertes Portfolio und vor allem brauchen wir Mittel und Wege, wie wir den heutigen fossilen Import durch einen erneuerbaren ersetzen und da ist natürlich Wasserstoff eine naheliegende Möglichkeit, weil es zum einen speicherbare Energie ist, aber zum anderen es uns die Möglichkeit gibt, auf der bestehenden Infrastruktur sehr gut aufzusetzen und wenn man dann sagt, ja, das ist so, als hätte damals die rot-grüne Regierung gesagt, als sie Photovoltaik angefangen hat, sehr stark zu subventionieren, der Solarstrom wird immer rar sein, ja, das kann ja nicht sein, sondern ich muss mir überlegen, was ist denn eigentlich mein Zielbild, auf das ich zu fahren möchte und da muss man beim Wasserstoff klar anerkennen, mit den Infrastrukturentscheidungen, die in Nordafrika getroffen werden, die in Australien getroffen werden, die in Chile getroffen werden, die Voraussetzungen sind da, wir brauchen halt nur die Investitionsbereitschaft und die notwendige Entschlossenheit, um das entsprechend anzugehen. Aber die aktuelle Situation stürzt natürlich so manche Unternehmen so richtig in Schwierigkeit. Ich habe kürzlich mit einem Stahlunternehmer gesprochen aus NRW, der gesagt hat, das ist kein Problem, ich stelle meine Brenner da, mit denen ich das Stahl erhitze, die kann ich auf Wasserstoff umstellen, aber ich kriege keinen Wasserstoff. Unmöglich. Gleichzeitig kriege ich aber einen CO2-Preis aufgedrückt, der jetzt langsam in die Millionen geht in den nächsten ein, zwei Jahren. Der überlegt sich jetzt tatsächlich nach Polen oder weiss ich, wo auszuwandern oder weiss ich was. Also der ist total verzweifelt, weil er einerseits diesen Druck kriegt durch die Klimainstrumente, also CO2-Preis, was ja auch eigentlich richtig ist. Der Preis soll dann zu einer Innovation, die Industrie zu einer Innovation bringen, aber die Innovation kann er gar nicht umsetzen, weil er kriegt diesen Wasserstoff nicht. Wie kommt man da raus aus diesem Dilemma? Gut, ich glaube, das beschreibt ehrlicherweise den politischen Diskurs sehr präzise. Wir haben auf der einen Seite gute marktwirtschaftliche Instrumente und dann gibt es halt auf der anderen Seite Infrastrukturentscheidungen, die zentral getroffen werden müssen, die auch staatlicher Entscheidungen bedürfen, die aber nicht getroffen werden, weil man hier sehr zaghaft agiert. Also um das jetzt konkret bei Wasserstoff in Chemie oder Stahlsektor aufzugreifen, wenn die Diskussion ist, wir dürfen die Umstellung auf Wasserstoff nur machen, wenn er grün ist, dann wird das nicht gelingen, weil man in kurzer Zeit nicht ausreichend grünen Wasserstoff zur Verfügung hat, aber natürlich die Industrie ihre Prozesse binär, also entweder im Wasserstoffkontext oder im Gaskontext nur betreiben kann und in der Zwischenzeit braucht es halt einen Übergang und das ist... Da sind wir dann in der Ideologie, oder meinen Sie, oder ob... Das ist bemerkenswert, wie Ideologie da einfach... Ja, alles ist aber nicht pragmatisch und lösungsorientiert. Sie haben vorher angedeutet, dass die Lobby der Grosskonzerne dann deutlich mächtiger sei. Es ist nichts angekommen im Gebäudesektor, weil es sehr mittelständlich organisiert. Liken Sie eigentlich darum Social-Media-Posts von Friedrich Merz, in denen er zum Beispiel den Rücktritt des Außenministers wegen des Afghanistans-Desasters fordert. Glauben Sie, Merz ist der Anwalt für den Mittelstand? Also als Sie das im Eingang gesagt haben, da wollte ich Sie schon fast korrigieren, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das... Ich sage es, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es extra nachgeguckt auf Ihren Social-Media-Account. Also das lasse ich mal so stehen. Okay, wir recherchieren das nochmal. Ich bin sicher, Sie haben das geleitet. Da habe ich grosse Zweifel. Da habe ich wirklich grosse Zweifel. Aber bleiben wir bei Herrn Merz. Wäre er denn Anwalt für den Mittelstand? Das denken ja viele Familienunternehmer so. Denken Sie auch so? Ja, ich glaube nicht, dass es nur einzelne Akteure braucht als Anwalt für den Mittelstand, sondern ich glaube halt, dass wenn man im politischen Diskurs sich nochmal vor Augen führt, was ermöglicht denn eigentlich vieles der Wahlversprechen, die jetzt gerade gemacht werden, dann ist es halt eine effektive Wertschöpfung und die kommt nun mal über 99 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind Familienunternehmen. Die kommt nun mal sehr stark aus dem Mittelstand. Also jeder, der sich dessen nicht bewusst ist und nur laut nach Umverteilung ruft, der hat, glaube ich, wenig verstanden, wie eigentlich diese Möglichkeiten entstehen. Und das, was gerade in Deutschland stattfindet, das ist nicht nur bestürzend, sondern auch realitätsfremd. Und von daher glaube ich nicht, dass man sich auf einzelne politische Akteure konzentrieren muss, sondern man muss sich einfach vor Augen führen, wie wenig, also wie extrem die Entkopplung ist, wie stark die politische Entkopplung an der Stelle ist von dem, was unser Land eigentlich stark macht. Bestürzend? Beschreiben Sie das nochmal ein bisschen konkreter. Was konkret ist jetzt bestürzend? Also wenn Sie sich in meine Lage versetzen, ja, ich sitze jetzt gerade im schönen Nordhessen, habe das große Glück, hier mit viereinhalbtausend Mitarbeitern erfolgreich zusammenzuarbeiten, am Standort mit knapp siebeneinhalbtausend Mitarbeitern in Deutschland von den 13.000. Und wir tun alles dafür, dass diese Berufe zukunftsfähig sind, ja, trotz hoher Steuern, trotz hoher Umlagen. und das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, das zu tun, ja. Wenn aber in der Zukunft Substanz besteuert wird, wenn aber in der Zukunft die Erbschaftssteuer verhindert, dass unser Familienunternehmen unabhängig bleibt, dann nimmt man sich die wirtschaftliche Basis in diesem Land. Und dass das nicht verstanden ist und da populistisch argumentiert wird und man müsste jetzt dringend eine Umverteilung vornehmen und damit eigentlich das Rückgrat der deutschen Wirtschaft schwächt, das bestürzt mich. Das ist Wahnsinn, ja, wie wenig das in der öffentlichen Diskussion und im öffentlichen Diskurs thematisiert wird in der aktuellen Phase. Und da, ja, muss man, glaube ich, muss man, glaube ich, genauer hingucken in der Zukunft, wie man die Weichen stellen will. Also Rot-Rot-Grün ist der Albtraum für Sie, oder? Nicht für mich als Person, ja, das ist, glaube ich, nicht, das ist ja keine persönliche Auseinandersetzung, sondern am Ende des Tages geht es ja doch darum, dass wir uns vor Augen führen, was eigentlich den relativ hohen Wohlstand innerhalb der EU Deutschland ermöglicht hat. Ja, und das ist nun mal, dass wir sehr stark Innovationstreiber in vielen Branchen in der Vergangenheit gewesen sind und das nicht durch Gesetze mit einem Augenzwinkern, sondern indem man halt Personen hat, die frei agieren können, die in der Lage sind, Technologien weiter voranzutreiben und auch auf einer starken Bildung aufsetzen können. Und das sind alles Faktoren, die müssen in der Zukunft gewährleistet und gegeben sein. Und ich glaube nicht, dass das aktuell ausreichend Beachtung findet in der politischen Diskussion, sondern man redet nur darüber, wie man noch zu erwirtschaftende Dinge anders verteilen möchte. Und das ist fatal, weil man sich damit einfach der Stärke beraubt. Das heisst, Sie stehen der CDU nahe, trotz oder wegen Armin Laschet? Also ich bin per se unpolitisch. Sie finden mich in keinem Parteibuch. Das klang jetzt aber vor drei Sekunden ganz anders, dass Sie total unpolitisch sind. Sie finden mich in keinem Parteibuch und das ist, glaube ich, als Unternehmer auch ratsam, weil es gibt viele Schnittmengen mit unterschiedlichen Parteien. Wenn Sie sich unsere ökologischen und nachhaltigen Impulse, die wir über unsere Stiftung und auch im Kerngeschäft unseres Unternehmens vorantreiben, dann gibt es auch da Übereinstimmung mit anderen Parteien. Also ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern die Frage ist halt, welchen Rahmen schafft man eigentlich für Familienunternehmen in der Zukunft am Standort Deutschland erfolgreich zu sein und wenn die sich massiv verschlechtern und das dann zu Lasten der Bürger geht, dann ist das alles andere als politische Verantwortungsübernahme in der richtigen Form. Aber eigentlich können Sie sich doch als Firma Fisman überhaupt nicht über die Politik beklagen, oder? Die verschärften Klimaziele werden bei Ihnen für eine Sonderkonjunktur sorgen auf Kosten der Steuerzahler. Das sehe ich ganz anders. Echt? Warum sind Sie der Meinung auf Kosten der Steuerzahler? Das finde ich interessant. Sie können ja nicht abstreiten, dass die Geschäftsergebnisse ohne die massiven staatlichen Förderungen deutlich anders aussehen würden. Sie werben sogar auf Ihrer Website mit einer Fördergarantie für Ihre Produkte. Eigentlich sollten Sie ja Frau Baerbock oder Herrn Habeck liken, die wollen sogar Solardächer obligatorisch einführen. Ich meine, dass Sie profitieren doch von der aktuellen Situation und der Staat unterstützt das auch massiv. Also insofern verstehe ich das nicht ganz. Ja, das ist eine sehr populistische Aussage, wenn ich das so sagen darf. Wenn Sie sich vor Augen führen, wo stehen wir? Wo stehen wir im Gebäudesektor? Sie haben das eingangs gesagt, über 80 Prozent des Gebäudebestands in Deutschland ist nicht oder nur in Teilen saniert und ist damit ein wesentlicher Treiber für den CO2-Ausstoß in Deutschland. Und darauf fußt ja die ganze Klimaschutzdiskussion, damit nicht nur eine Last für zukünftige Generationen, weil die Lebensverhältnisse sich deutlich verschlechtern, sondern auch eine finanzielle Last. Uns ist allen bewusst, dass Umweltkatastrophen, die Flut hat das jüngst gezeigt, auch wahnsinnige volkswirtschaftliche Auswirkungen haben wird in der Zukunft. Deswegen alles, was wir aktuell tun, um unser Klima zu schützen und Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, ist alles aber nicht zu Lasten des Steuerzahlers. Aber das würde ja niemand bestreiten, aber faktisch, was Ihre Unternehmung anbetrifft, ist es doch klar, dass Ihre Produkte sich besser verkaufen, weil es nun mal Fördergarantien gibt. Ja, aber was ist ursächlich dafür? Ursächlich ist dafür, dass der Gebäudebestand unsaniert ist und dringend saniert werden muss, was in den letzten Jahren einfach nicht gelungen ist. Ja, aber Sie haben vorhin gesagt, die Politik kümmert sich nicht um die mittelständischen Champions im Gebäudebereich. Fakt ist, die Politik zahlt Förderungen für Produkte, die auch Sie verkaufen. Also insofern wurden Sie ja nicht ganz außen vor gelassen. Aber Herr Weissi, das schockiert mich, wenn ich das so offen sagen darf. Also zum einen ist es eine Anreizförderung, die man dort nimmt. So ist es. Die vor allem dem Konsumenten im Investitionsverhalten dient. Das ist genauso wie bei Steuervergünstigungen. Und daran können sich alle Unternehmen beteiligen und glauben Sie nur, dass der Wettbewerb in dieser Branche ausgeprägt ist und sich nicht nur auf die deutschen Unternehmen beschränkt. Also von daher, da muss man glaube ich sehr vorsichtig sein. Und wenn Sie sich andere Sektoren anschauen, mit welchen Fördermaßnahmen dort agiert wird, wo man eher auf der anderen Ebene unterwegs ist, sich damit auseinandersetzen, wie kann man eigentlich Entwicklungen fördern, damit die Unternehmen noch wettbewerbsfähiger in der Zukunft sind. Ich will das jetzt gar nicht werten, aber ich glaube, das wäre eine viel stärkere Vorwegnahme. Und ehrlicherweise, wenn man das industriepolitisch sieht und auch mit anderen Ländern vergleicht, eine viel nachhaltigere, weil die Unternehmen halt noch viel wettbewerbsfähiger werden nach vorne gerichtet. Und das sind Unternehmen, mit denen wir uns im Wettbewerb befinden. Also wenn Sie Richtung Asien schauen, dort werden Förderungen ohne Ende auf der F&E-Seite zur Verfügung gestellt, damit man dort globale Champions aufbaut, gegen die wir in den Wettbewerb ziehen müssen. Ja, ist das ein fairer Wettbewerbsrahmen? Ja, nur eingeschränkt, aber ich stelle mich dem in aller Sportlichkeit. Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, darüber zu diskutieren, ob Fördermaßnahmen, die dazu beitragen, einen Sektor zu dekarbonisieren, der dringend, weil er letztes Jahr die Förderziele, die Einsparziele eben nicht erreicht hat, der dringend, dringend saniert werden muss und reformiert werden muss, dass man das in Frage stellt und oder dem wirtschaftlichen Erfolg eines einzelnen Unternehmens zuzurechnen. Also ich glaube, das ist eine Diskussion, die würde uns nicht weiterbringen, sondern wir müssen eher darüber diskutieren, wie kann man diesen Pfad eigentlich noch konsequenter und schneller begehen und dafür haben wir in den letzten Jahren nun mal wahnsinnig viel investiert, dass entsprechende Technologien heute zur Verfügung stehen, was in anderen Sektoren nebenbei bemerkt, heute nicht der Fall ist, die aber gleichermaßen mit Förderung bedacht werden. Ich meine, in der Grossindustrie wird das ja auch diskutiert, oder? Wie viel Förderung ist zum Beispiel sinnvoll für die ganze E-Auto, für den ganzen E-Auto-Bereich oder wird teilweise auch kritisiert, dass es zu viel sei, was da bezahlt wird für diesen Wandel, dass der Wandel und dass der Nachholbedarf da eindeutig da ist. Ich glaube, das bestreitet überhaupt gar niemand. Aber wie gesagt, ich habe mich nur gefragt, wenn sie die Politik so hart kritisieren, was absolut legitim ist, muss man ja auch sehen, was die Politik teilweise macht. Und die Politik macht ja auch gewisse Sachen, von denen ihre Firma profitiert. So sinnvoll, dass alles sein mag, aber ihre Firma profitiert ja davon. Das kann man ja nicht abstreiten. Das ist ja total eindimensional, die Argumentation. Sie müssen sich ja vor Augen führen, wie krass der Strukturwandel für uns ist, also wie wir uns wandeln aus eigenen Mitteln heraus. Und ich sage mal, die ist ja auch nicht eine deutsche Diskussion, sondern es ist ja am Ende des Tages eine globale Diskussion und vor allem jetzt aus EU-Perspektive eine europäische Diskussion. Wie schafft man es, diesen Sektor zu dekarbonisieren, der nun mal einen Großteil der CO2-Emissionen darstellt? Das schafft man, indem man ihn bewegt, aber vor allem halt auch, indem die richtigen Technologien zur Verfügung stehen. Und in dem Rahmen findet nun mal ein Wettbewerb statt, der davon geprägt ist, dass man auch auf der Vertriebsseite Erfolge feiern muss, damit man halt die Mittel hat, in Produktionskapazitäten zu investieren, in F&E zu investieren und damit das Unternehmen nachhaltig aufzustellen. Also ich glaube, wenn eine direkte Subvention der Unternehmen erfolgen würde, was die WTO, glaube ich, sehr interessieren würde, dann wäre das ein angemessenes Argument, aber das kann ich nicht nachvollziehen, um es ganz offen zu sein. Ja, aus Ihrer Situation kann ich das gut verstehen. Bleiben wir mal bei der Vertriebsfront. Wie innovationsfreudig sind eigentlich Ihre Kunden? Wie innovationsfreudig erleben Sie die? Weil zum Beispiel die Autoindustrie würde dann, würde zum Beispiel sagen, ja, es geht voran, aber viele Leute trauen dem Ganzen nicht der neuen Technologie. Wie ist das bei Ihnen? Gut, bei uns muss man dazu wissen, dass wir nicht so, wie soll ich sagen, nicht so eindimensional unterwegs sind. Es gibt ja sehr viele Wege, um zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors beizutragen. Also der eine ist, auf der grünen Stromseite zu suchen, wo insbesondere im ländlichen Raum sie Neubauten fast energieautark aufstellen können und durch also Photovoltaik, Solarstrom in Verbindung mit Batteriespeichern und einer Wärmepumpe eigentlich ihren, ja, ihren ganzen Wärme, Kälte und auch Strombedarf gut abdicken können und das dann noch mit Elektromobilität verzahnen können. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Treiber im Neubau, um dort ja, Emissionen gar nicht entstehen zu lassen. Und der andere Weg ist, ähnliche Konzepte auch in den Bestand reinzubringen. Das ist in der Heterogenität, wir haben nun mal in Deutschland sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Gebäudetypen, die aus unterschiedlichen Baustandards kommen und auch zum Teil denkmalgeschützt sind. Also das heißt, man ist da auch beschränkt, was man in der Sanierung machen kann. Dem muss man halt Rechnung tragen und das kann man auch durch Wärmepumpen beispielsweise tun, die große Relevanz haben werden in der Zukunft. Das kann man durch Biomasse tun, das kann man durch wasserstofffähige Gasgeräte tun, das kann man durch Solarthermie tun. Also Sie sehen, das Spektrum ist sehr breit und wir als Unternehmen sind ein Klimalösungsanbieter. Das heißt, die finden bei uns alle relevanten Energieträger über alle Leistungen weg. Aber vor allem lassen wir unsere Partner nicht im Regen stehen, indem wir sagen, hier ist ein Produkt, das wird ausgeliefert und das ist so, wie es ist, sondern die Produkte sind halt über einen Lebenszyklus updatefähig. Das heißt, wir arbeiten auch permanent daran, dass die Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass die auch unseren Nutzern zugutekommen. Und dafür gibt es schon eine große Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen und wenn man sich die wirtschaftliche Entwicklung unseres Unternehmens anschaut, dann sieht man auch, dass dem Rechnung getragen wird an vielen Stellen. Also es gibt nicht den Petrol Head, der unbedingt seine Ölheizung behaupten will. Zumindest würde er bei uns und ich glaube, das ist halt das Primat, uns muss immer bewusst sein, gerade im Gebäudebereich, dass wir hier Entscheidungen treffen für die nächsten 20 Jahre plus. Alle unsere Produkte sind mit grünen Energien fähig, das heißt, beispielsweise, wenn in der Zukunft 100% Wasserstoff im Gasnetz verfügbar ist, dann sind die Produkte nachrüstbar. Das heißt, die Entscheidung, die man heute trifft, die nimmt nicht vorweg, inwieweit man in der Zukunft noch mehr zum Klimaschutz beitragen kann. Und das Gleiche gilt auch für unsere Wärmepumpen. Da gibt es auch viele Nachrüstmodule, die man dann wunderbar ergänzen kann. Also ich glaube, das ist die eigentliche Verantwortung, die man trägt im Klimaschutz, dass man nicht eindimensional denkt. Unsere Natur denkt auch nicht eindimensional, sondern denkt in Diversität. Also so eine Ladesäulen-Thematik, wie man bei den E-Autos hat, das gibt es bei Ihnen nicht. Also die Leute kaufen sich eine Heizung, die ist wasserstofffähig, wenn dann in Zukunft mal der Wasserstoff kommt und dann kann man einfach switchen. Ja, also natürlich bieten wir auch Ladesäulen an. In unseren, wenn Sie so wollen, energieautarken Lösungen ist das natürlich, ist die Mobilität auch mit angedockt. Aber entscheidend ist gar nicht so sehr der Ladepunkt, auch wenn die Politik das gerne darauf reduziert, sondern die Frage, wie manage ich eigentlich Energie? Also wie schaffe ich es eigentlich, dass ich Strom dann speichere beziehungsweise erzeuge, wenn es günstig ist und oder einspeise, wenn es günstig ist? Und wie treffe ich eigentlich die Voraussetzungen dafür, dass die E-Mobilität unsere Ortsnetze nicht komplett überlastet? Weil das ist eine Diskussion, die wird sehr wenig geführt. Stattdessen diskutiert man darüber, wie man nur sehr stumpf die Ladepunkte nach oben treiben kann. Woher droht denn eigentlich Fissmann künftig die Disruption? Gibt es einen Elon Musk der Heizung? Oder woher droht ihn Gefahr als Firma? Ja, ich glaube, wir disrupten uns selber täglich in vielerlei Hinsicht. Lieber sich selber kreativ zerstören, als zerstört werden. Und arbeiten daran, dass wir nicht zu zufrieden sind und zu satt. Das ist schon primat, was uns antreibt. Also von daher, ich schaue sehr wenig auf Wettbewerber, um ehrlich zu sein. Ich setze mich sehr intensiv mit den Nutzerbedürfnissen und unseren Partnern auseinander. Wir haben gerade die Gelegenheit, wieder etwas Corona-konform natürlich zu reisen. Und das ist eigentlich das, was für uns Inspiration ist, uns nicht zu sehr auf andere zu konzentrieren, sondern halt wirklich zu gucken, können wir noch besser auf die Bedürfnisse einzahlen. Und da gibt es noch viel zu tun. Uns droht keine Langeweile in der nahen Zukunft. Also der Solarziegel von Elon Musk, der macht Ihnen keine Angst? Nein, der macht mir keine Angst. Werden Sie demnächst eigentlich auch mit Akquisitionen wachsen oder gibt es bei FISMAN vor allem organisches Wachstum? Wie sieht eigentlich die Strategie bei Ihnen aus? Ja, wir sind von der Struktur her, weil Sie das ja auch eingangs angesprochen hatten, wir sind so aufgestellt, dass wir auf der einen Seite unsere Kerngeschäfte sehr stark aufgestellt haben. Das heißt, die organisch eigentlich die besten Voraussetzungen haben, um gut wachsen zu können in den angestammten Regionen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir auf der einen Seite digitale Technologien sehr frühphasig breit investiert haben und dann auf der anderen Seite durch unser FISMAN Investment Konstrukt uns an anderen Mittelständlern beteiligen, die beispielsweise auch Interesse daran haben, ihre digitale Transformation noch schneller voranzutreiben und oder ein Nachfolgethema haben und immer im Augen zwinkern zu mir sagen, Herr FISMAN, Sie haben ja noch über 30 Jahre vor sich, also vielleicht ist das eine ganz gute Strategie, aber wir auch in Unternehmen investieren, die uns Zugang zu anderen Regionen geben. Also wir sind beispielsweise in der Pandemie nach Südafrika, nach Australien, Neuseeland expandiert, was in der Due Diligence nicht ohne Herausforderung war, wenn man da nicht hinreisen konnte und haben ein sehr, sehr gutes Momentum und ein wirklich tolles Team, die auch da keine Klischees erfüllen, die man sonst so mit grösseren Transaktionen verbinden würde, im Sinne von, wir wissen die Kultur der Unternehmen, an denen wir uns beteiligen, sehr zu schätzen und tun auch alles dafür, dass die erhalten wird und denken nicht, dass wir die Dinge besser können. Ist China auch in Zukunft der zentrale, der wichtigste Markt? Also da sind wir auch völlig anders unterwegs als die Automobilindustrie. China ist ein Markt von vielen. Wir sehen eine Menge Wachstum weltweit in Regionen, in denen wir heute noch gar nicht vertreten sind, weil wenn man klassischerweise aus dem Wärmesektor kommt, dann ist man sehr stark in der nördlichen Hemisphäre verhaftet. Und uns beschäftigen auch andere Themen wie Luftqualität sehr stark oder auch Kälte wie auch Energieanwendungen. Und da sehen wir schon noch ein großes Potenzial, losgelöst von unseren angestammten Märkten. Und dazu kommt, das ist auch offenkundig so, das sehen Sie auch an den Akquisitionen, dass es Regionen gibt, die gerade auch durch einen sehr starken Veränderungsprozess laufen aufgrund von Klimaschutzüberlegungen. Und wir natürlich mit vielen der Lösungen, die wir schon erfolgreich in Europa umgesetzt haben, da einen großen Beitrag leisten können. Also von daher, ich bin mir der Wachstumsopportunitäten sehr bewusst und freue mich, das mit meinem Team gemeinsam angreifen zu können. Aber Sie haben gerade die Autokonzerne erwähnt, Sie seien da anders unterwegs als die in China. Ich meine, da schwingt ja ein bisschen mit, dass die Autokonzerne sind ja extrem abhängig von China. Also inzwischen haben wir ja da hohe zweistellige Prozentzahlen im Markt, in den Absatzzahlen, was in China läuft. Das ist dann, wenn ich Sie richtig interpretiere, bei Ihnen nicht auf diesem Niveau, macht Ihnen das auch ein bisschen Angst in China, in welche Richtung das da geht? Die Chinesen sind ja so ein bisschen auf dem Autarkietrip jetzt im Zuge dieses, was manche nennen, kalten Krieges mit den USA. Es gibt jetzt das Zweikreismodell. Ausländische Firmen dürfen jetzt bald eigentlich nur noch isoliert agieren in China. Chinesische Rechenzentrum, Software. Also man koppelt sich so ein bisschen ab. Spüren Sie diesen Druck auch? Also ich habe selber lange in China gelebt und bilde mir manchmal ein, das ist, glaube ich, alles andere als gerechtfertigt, dass ich die Kultur ganz gut verstehe. Ich glaube, dass alle Unternehmen, die global agieren, sehr starke regionale Strategien ausbilden müssen und ausbilden werden. Das betrifft nicht nur China, sondern das betrifft auch gleichermaßen die USA, die maximal protektionistisch agieren. Und auch da muss man sich damit auseinandersetzen, wie kann man eigentlich diesen Binnenmarkt in der Zukunft resilient adressieren. Und von daher ist, glaube ich, tut man gut daran, das realistisch einzuschätzen, dass das jetzt nicht weniger werden wird in der Zukunft. Das Gleiche gilt auch nebenbei bemerkt für die EU, die durch ihre CBAM-Aktivitäten, also Carbon Border Adjustment Measures, die auch dadurch dazu beiträgt, dass die EU ein abgeschotteter Wirtschaftsraum wird. Also ich glaube, die Rückschritte von der global zusammenhängenden Welt, die sind gemacht worden und die werden sich fortsetzen. Und genauso setzen wir uns als Familienunternehmen damit auch auseinander. Aber Sie sind ja in China gut aufgestellt, Sie sponsern da den Bayern München, in Hongkong auch. Wie muss ich mir das vorstellen? Denn die guten Kunden kriegen also Fussballtickets und der Rest muss dann zum Workshop durch die Wüste laufen. Ja, das ist sogar noch schlimmer. Die Steigerung davon ist, durch die Wüste laufen zu dürfen. Das sind dann tatsächlich unsere besten Partner. Ja, ich glaube, die Marken-Assoziationen in Asien, da ist der FC Bayern sehr klar aufgestellt mit einer hohen Reichweite und auch einer klaren Premium-Wahrnehmung, nicht nur im sportlichen Erfolg, sondern auch in der restlichen Positionierung. Und von daher war das für uns nicht nur opportun, sondern auch sehr, sehr klar, dass wir dort in der Partnerschaft gemeinsam angefangen haben, zu kooperieren, marketingseitig, aber auch, und das ist für unser Unternehmen, wir haben uns einem Leitbild, creating living spaces for generations to come, also Lebensräume für nachkommende Generationen zu gestalten, sehr stark verpflichtet. Das heisst, wir sind auch sehr stark im Nachwuchsbereich unterwegs, gemeinsam mit dem FC Bayern, wie auch beispielsweise in Europa im Wintersport, wo wir seit Jahrzehnten mit dem DSV sehr eng zusammenarbeiten, um da junge Talente zu fördern. Also da verbinden sich sehr viele Elemente, die wir auch schon in anderen Regionen sehr erfolgreich umgesetzt haben. Ihr Vater hat ja mit diesem Sportsponsoring angefangen, damals mit dem Rodler, dem Hackel Schorsch. Warum eigentlich ausgerechnet ein Rodler? Musste die Familie Fissmann im Winter immer Rodeln gehen? Oder woher kommt das? Gut, ich glaube, das eine ist, dass die Assoziation im Winter zur Wärme naheliegend ist. Oh Gott, ich muss eine Heizung kaufen. Zum anderen ist es tatsächlich so gewesen, dass die Reichweiten damals extrem stark waren. Also früher war eine relevante Kennziffer im Marketingkontext erreichte Personen pro eingesetzten Euro oder D-Mark. Und da war vom Verhältnis her der Wintersport einfach unschlagbar. Und dann, und ich glaube, das ist sehr typisch für uns als Familienunternehmen, dann ist das Ganze natürlich auch mit einem sehr starken persönlichen Engagement verbunden. Also einmal des Familienunternehmens, das heißt meines Vaters und des Managements, die da sehr begeistert im Sport engagiert sind, aber andersrum auch der Sportler, die mit uns ein sehr familiäres Verhältnis pflegen und Identifikationsfiguren für unsere Partner, wie auch für unsere Mitarbeiter sind. Herr Fissmann, wir kommen zur ultimativ letzten Frage. Welchen privaten Traum möchten Sie in Ihrem Leben unbedingt noch verwirklichen? Ich hoffe, dass es kein Traum bleibt, aber ich freue mich sehr, irgendwann mal die fünfte Generation hier im Unternehmen begrüssen zu dürfen und mit der fünften Generation gemeinsam dieses tolle Unternehmen weiterentwickeln zu können. Herr Fissmann, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank, Herr Beisli. Und ich hoffe, wir treffen uns bald mal persönlich. Und wer jetzt wissen will, warum Unternehmer wie Herr Fissmann oder andere Leistungsträger auf wenig Entlastung hoffen dürfen, egal wer künftig im Kanzleramt sitzt, sollte sich die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche auf vivo.de oder am Kiosk besorgen. Lohnt sich Leistung nie mehr? fragt unser Berliner Politikressort und liefert natürlich auch die Antwort. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen Senden Sie bitte wie immer an balzli.atvivo.de Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.